Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch und bei einer weiteren Etappe auf der Regenbogenstraße auf der Rainbow Road oder Road to Loki. Und zwar bin ich nicht allein, der Sam, sondern ich habe noch den Patrick bei mir. Servus Patrick. Yeah. Und den Boris habe ich bei mir. Servus Boris. Servus. So, wie ihr schon gehört habt, wir haben hier die Road to Loki zu der Serie, die ja im Juni startet. Und wir besprechen heute den Film Thor 2 oder wie er hier genannt wird im Originaltitel Thor The Dark World. Hier in Deutschland natürlich wieder unter Thor The Dark Kingdom. Warum wir da so einen Unterschied machen hier in Deutschland, da kommen wir vielleicht im Gespräch nochmal drauf zu sprechen. Komisches Deutsch, egal. Auf jeden Fall erschien dieser Film im Jahr 2013, ging ganze 112 Minuten, hatte eine FSK 12 und das Ganze hat Alan Taylor in Regie geführt. Chris Hemsworth ist natürlich wieder Thor. Natalie Portman spielt hier die Jane Foster. Tom Hiddleston ist wieder Loki. Anthony Hopkins, Rennie Russo, Stellan Skarsgård, Idris Elba. Alle eigentlich bekannt wieder dabei. Kat Dennings, unsere Darcy. Genau, Kat Dennings natürlich auch, die Darcy. Der einzige Unterschied oder noch ein Unterschied ist Christopher Egglestone als Malekit, der Bösewicht hier in dem Film. Dann einen, den kann ich nicht aussprechen, das muss ich jetzt ablesen. Ade, Wale, Akinuo, Bayer. Der spielt dann Akrim, der ist starke. Kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Und dann die Schauspieler für Volstark. Phantral hat sich geändert, das ist jetzt Zechariah Levy, der den Shazam gespielt hat. Oder auch Chuck aus der Serie Chuck. Ja, genau. Und Jamie Alexander ist aber wieder Suf. Ah, Chris Evans hat eine Nebenrolle hier. Ja, wie gesagt, da kommen alle gleich noch drauf zu sprechen. Genau, um was es in dem Film geht, da haben wir schon ein bisschen vorne raus, ein bisschen so geknobelt, wer das macht. Und Boris hat den Kürzeren gezogen. Boris, du darfst. Also das Ganze siedelt, um das gleich mal vorwegzunehmen, nach den Ereignissen in New York, also den Avengers, siedelt unser Thema heute an. Thor 2 ist auch direkt nach Avengers, sieht man dann auch gleich Chris Hemsworth als Thor, wie er Loki nach Asgard bringt. Und im Prinzip geht es unterm Strich darum, dass wir den Ätherstein, also den Infinity Stein, den Roten, der die Realität beeinflussen kann, etwas besser kennenlernen. Seine Herkunft, ja, was er kann. Aber auch, es geht um die sogenannten Dunkelelfen, die schon seit Jahrtausenden im Krieg mit anderen Völkern oder auch mit den Asen sind. Ja, also wir reden ja über Asgard und Odin, damals noch König Boar, sein Vater. Und es geht um eine sogenannte Konvergenz, ja, dass wenn alle neun Welten übereinander stehen und man den Äther, den Stein einsetzt, dass man dann im Prinzip die, das dunkle Königreich, ja, bei uns in Deutschland, beziehungsweise die dunkle Welt wieder herbeiruft in den Vereinigten Staaten. Ja. Genau. Sollen wir dann direkt mal auf den Titel eingehen, warum das bei uns in Deutschland wieder The Dark Kingdom heißt und nicht wie im Original The Dark World? Ja, gerne. Gut, was haltet ihr denn von diesem Titelumstellung oder von diesem anderen Titel, wo wir hier in Deutschland wieder haben? Ich verstehe die Rechte, Hickhack mal wieder nicht. Das ist genauso wie Summenia und Zootopia. Okay, da ging es halt um einen Park, wo die Lizenzrechte woanders liegen, aber im Prinzip kann das echt verwirrend sein. Also, das ist ja nicht der erste Film, dem das passiert, dass die Namen massivst geändert werden. Irgendwie betrifft es auch oft Thor. Wir müssen nur an Thor 3 denken, ja, Thor Tag der Entscheidung in Deutsch. Überall sonst Thor Ragnarok. Ich meine, auch wir Deutschen können was mit Ragnarok anfangen. Hm, also, ich glaube, da trifft es nicht, das ist nicht der erste und nicht der letzte Film, glaube ich, wo die Namen, also die Filmtitel so extrem geändert werden. Bei Sams Lieblingsreihe den Captain America-Film. Ja, ich würde sagen, da gibt es ja noch wenigstens so eine leichte, logische Erklärung, warum sie es bei uns nicht Captain America nennt, sondern das hatten wir in unseren Road to Falcon and the Winter Soldier, hatten wir die Captain America-Filme besprochen. Und da hatten wir das auch thematisiert, dass das hier in Deutschland ein bisschen mehr Sinn macht, jetzt zu sagen, Return of the, auch wenn ich es nicht gut heiße, aber das ist halt ja alles mit diesem, ja, wird halt groß gedrehten Captain America, dass Amerika ganz groß ist. Und deswegen hätten sie es hier in Deutschland dann halt The First Avenger genannt. Wobei, wie gesagt, ich finde es Quatsch. Aber hier bei Thor von World auf Kingdom rumzuspringen, also überzugehen, geht mir irgendwie, geht mir nicht rein. Nein, weil es auch im ganzen Film überhaupt nichts mit dem dunklen Königreich zu tun hat, sondern es geht um die dunkle Welt, die Malakit, der Dunkelelf, im Prinzip erschaffen will oder wieder herbeirufen will durch diese Konvergenz und den Infinity Stein. Und er will ja keinen dunklen, also unterm Strich ist es schon ein dunkles Königreich, aber es ist eher die dunkle Welt, weil er im Prinzip alles vereint und ins Dunkle wirft. Vielleicht will er sich durch diese dunkle Welt, wo auf denen diese Dunkelelfen ja zu Hause sind, ein dunkles Königreich erschaffen. Aber warum sie dann trotzdem diesen Umsprung hier in Deutschland machen, ins Kingdom statt World, verstehe ich nicht. Naja, du vielleicht noch eine Idee, Patrick? Ich würde sagen, wir belassen das einfach als seltsames Mysterium. Kiemen wir auf den Kameramann an, der einfach einen interessanten Namen hat. Kramer Morgan V. Ja, genau. Das ist nämlich uns im Vorgespräch aufgefallen, weil das ist eigentlich doppelt lustig, weil wir ja bei Falcon and the Winter Soldier einen Gastauftritt hatten. Aus Seinfeld. Aus Seinfeld, genau. Und der Kameramann hier heißt natürlich Kramer, genauso wie eine Figur aus Seinfeld. Und dann hat er auch noch den Nachnamen von einem Gegner aus Falcon and the Winter Soldier, nämlich Mongthor oder Mongthau. Und das fand ich ziemlich lustig. Naja, und eigentlich sollte bei Thor 2, wie heißt sie, Patty Jenkins' Regie führen. Die wurde weggeickelt, was dann dafür gesorgt hat, dass auch Natalie Portman sich nicht mehr ganz so wohl gefühlt hat und dann erstmal aus dem Marvel-Universum raus wollte und nach diesem Film eine Zeit lang aus dem Marvel-Universum verschwunden ist. Naja, aber wo wollte Natalie Portman bisher nicht raus? Ich fand, das hatten wir im Thor 1 Film schon ein bisschen besprochen, dass eigentlich Natalie Portman hier einen besseren Blockbuster-Franchise hat als mit Star Wars. Vor allem Star Wars fand ich sie jetzt nicht so überzeugend wie jetzt hier beim Thor. Bei Thor hat sie halt was leichtfüßigeres, was freicheres und nicht diese bedeutungsschwangere Melodramatik der Star Wars Prequels. Das tut ihr gut. Und sie war wirklich bisher nicht den Mainstream-Filmen abgeneigt, trotz Star Wars. Muss man ihr halt unterstellen. Also ich muss mich dann gleich auch wieder entschuldigen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Star Wars scheiße finde. Ich bin ja auch großer Star Wars-Fan. Aber ich finde, wenn man es vergleicht, Natalie Portman in Thor oder in Star Wars, macht es halt für mich in Thor eine bessere Figur. Boris, wie siehst du das? Ja gut, ich denke, dass das Ganze auch dem geschuldet ist, dass gerade in Star Wars ja so viele Charaktere, also noch viel mehr Charaktere wie jetzt in Thor 2 auftauchen. Ja, sie hat mich als Partner natürlich auch überzeugt. Als Jane Foster ist es natürlich wiederum eine ganz andere Rolle. Ja, sie ist keine Königin oder sie ist keine Prinzessin oder keine Abgeordnete oder keine Diplomatin, sondern sie ist einfach eine Wissenschaftlerin, die mit Thor anbändelt und das schon seit Teil 1. Überzeugend spielt es auf jeden Fall. Aber ihr Verlust in den Laufen in den weiteren Filmen hat jetzt am Ende auch nicht so gestört, finde ich. Na gut, man muss ja immer noch dazu sagen, dass in den weiteren Filmen wird sie durchaus immer noch betitelt. Also sie wird erwähnt und dadurch ist sie ja nicht gestorben in der weiteren Franchise. Sie existiert ja immer noch, man sieht sie nur nicht mehr. Was sich aber jetzt mit Thor 4 ändern wird wieder. Dieser Verlust oder diese, sagen wir mal, diese Nicht-Präsenz von Natalie Portman fand ich jetzt nicht unbedingt störend. Also, oder es hat mir nichts gefehlt. In Avengers 1 hat sich ja Thor immerhin nach ihr erkundigt. Wahrscheinlich waren diese ganzen Alien-Gewusel und Loki-Aufhalten nicht die Zeit drin, nach ihr zu schauen. Es wird halt nicht wirklich begründet, aber sie war immer wieder omnipräsent. Genau wie Pepper Potts auch immer wieder omnipräsent ist. Erwähnen Thor nicht, aber sogar in Thor 3 oder irgendwo, dass sie Schluss gemacht haben? Ja, aber da krass sitzt es vor. Bei Thor 3 war dann die Beziehung wohl nicht mehr ganz so der Hammer. Fertig. Ja, aber die Präsenz bleibt vorhanden. Zumindest erwähnenswert. Gut, da wir uns ja auf der Road to Loki befinden, würde ich sagen, besprechen wir Loki wieder, wie beim ersten Teil, ziemlich so zum Schluss. Ich würde aber trotzdem hier auf den Gegner eingehen. Der Malekit, der Verfluchte, wie er auch heißt, gespielt von Christopher Eggleston. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Thor 2 wäre so der schlechteste Thor von allen. Ich bin da tatsächlich so mittendrin, weil ich finde, dass sie in dieses dunklere Setting und nicht dieses knallige, wie schon zum ersten Teil oder die Marvel-Filme vorher, war der halt schon ein bisschen düsterer. Und ich fand, das ist eigentlich ein guter Schritt, was sie im dritten Teil dann wieder anders gemacht haben. Aber wie gesagt, da kommen wir auch im dritten Teil dann drauf zu sprechen. Aber ich fand, Christopher Eggleston, der macht hier eine gute Figur als Malekit. Oh, findest du? Ja, war halt ein Haufen Maske, gut. Aber so die Präsent von ihm, das fand ich schon okay. Okay. Naja, ist jetzt geil. Das ist ja das typische Marvel-Thema, dass Marvel die guten Superschurken zeigen kann oder auch irgendwie hinkriegt, sie gut zu zeigen. Aber ich glaube, ich stehe da wirklich allein, dass ich Thor 2 eigentlich gar nicht so verkehrt fand. Ich finde Thor 2 auch nicht so verkehrt. Bei mir liegt's aber nicht an Malekit. Malekit ist mit Darkseid wohlgesprochen nicht im Snyder Cut, sondern im normalen Justice League Cut mit einer der blassesten Comic-Bösewichte. Dabei mag ich Christopher Eggleston. Das war für mich so der erste Dr. Who, mit dem ich Kontakt hatte. Aber er bleibt unter dieser Maske blass, auch wenn er ein paar ikonische Szenen hat. Gerade was Thors Familie angeht, man hätte diese bedrohliche Präsenz, die er ab und zu mal aufblitzen lässt, schon ein bisschen mehr herausarbeiten können. Damit aus diesem Dunkel-Elf, der in den Comics ja auch ein richtig intrigantes Arschloch ist, ein echt bedrohlicher Bösewicht wird. Da wird halt viel Potenzial verschenkt. Christopher Eggleston hat nach diesem Dreh auch keinen Bock mehr auf das MCU. Also hat man da schon, Patty Jenkins ist raus, Natalie Portman ist raus. Das war im Prinzip hier schon die dritte Person, die hier aus dem MCU verkrault wurde. Aber Eggleston hat es auch gehasst, stundenlang unter diesem Malekit-Kostüm zu verbringen, muss man dazu sagen. Boris, wüsstest du das? Also ich würde auch nicht sagen, dass Thor 2 der schlechteste Teil der bisherigen Trilogie ist. Aber definitiv finde ich auch, dass Malekit mit als einer der schwächsten Gegner eigentlich von Thor, also für mich, rüberkommt. Es gibt ja auch diese Kampfszene zwischen Malekit und Frigga. Du hast es ja schon erwähnt, gespielt von René Russo. Und auch da der Kampf, ja, sie ist zwar die Frau von Odin und auch eine Schildmaid, ja, aber die verkloppt ihm ganz schön den Arsch, wenn man es so nimmt. Ja, ja, okay. Was dann trotzdem nicht verhindert, dass sie mit einem der tragischen Momente auslöst, die Thor prägen. Ja, natürlich, aber was halt auch wieder dem Algrim, also seiner rechten Hand hier geschuldet ist. Der Algrim der Starke, der ja irgendwie mutiert zu so einem Übermonster. Aber trotzdem, also ich finde Malekit an sich einer der schwächsten Gegner gegen Thor. Ich versuche es mal anders zu erklären, warum ich den Malekit nicht schlecht fand, dass man den endlich mal im MCU sieht. Es ist nämlich das gleiche Prinzip wie im Ultron. Ich kenne die Comics und ich kenne die Gegner wie Malekit oder Ultron aus den Comics und ich weiß, was für ein Potenzial sie haben. Weil Ultron kommt ja zum Beispiel in den Comics auch nicht nur einmal vor, ist tot und sieht man nie wieder, sondern der ist ja eigentlich immer einer der Gegner von den Avengers, der immer präsent ist oder immer irgendwie Finger mit im Spiel hat. Und Malekit ist so das Gleiche. Und vielleicht habe ich einfach in Malekit in dem Moment, wo ich den auf der Leinwand gesehen habe, schon alles so, was in den Comics schon passiert ist, im Kopf gehabt. Jetzt, wenn ich mir, wenn ich jetzt zurückdenke oder wenn ich mal so sagen würde, okay, ich würde die Comics nicht kennen, ich würde Malekit nicht kennen und dann mir den Film angucke. Okay, dann gebe ich euch recht. Dann macht er eine sehr schlechte Figur. Aber bei mir ist halt immer noch dieses Malekit-Comic-Charakter. Aber dann ist es ja der Verfilmung oder der Darstellung an sich geschuldet. Weil so geht es ja auch, zum Beispiel, wenn man überlegt, dass Ronan, der Ankläger aus Guardians of the Galaxy, genau dasselbe, ja, total untergegangen, als er Lachnummer, vor dem am Ende dann Chris Pratt tanzt und der sich fragt, was machst denn du da? Und guckt wie so ein Dödel aus der Wäsche. Ja, also es ist ja dann am Ende liegt es ja an Marvel, was sie aus den Gegnern machen. Also, und da haben wir mittlerweile jetzt schon drei aufgezählt mit Malekit. Ultron, der eigentlich immer wieder kommt in den Comics, ja, und Ronan, der jetzt dann ja nochmal einen Gastauftritt hatte in Captain Marvel. Aber sie wirken alle unfassbar schwach. Also nicht durchdacht, es zeigt ihre Charaktertiefe nicht, ihre wahre Boshaftigkeit und Hinterlistigkeit, ja. Vor allem, wenn man überlegt, dass gerade Malekit schon vor tausenden Jahren schon gegen die Asen gekämpft hat. Da war noch nicht mal an Loki, Thor und so weiter zu denken. Ja, also. Nee, das ist ja auch noch nicht mal mein großes Problem mit Malekit. Ich vergleiche das jetzt mal mit was Greifbarem, mit was Aktuelleren. Und mit Carly Morgan V. Carly oder Carl Morgan V. War auch ein ikonischer Gegner von Captain America. Bei all diesen gelisteten Bösewichten, die wir genannt haben, das sind ikonische Bösewichte, die im Prinzip richtige Kartennüsse in den Comics für unsere Helden sind. Wenn man jetzt die Filme sieht, kommt man nicht auf die Idee, dass die ein großes Hindernis für unsere Gegner sind. Die sind eher so ein Snack für zwischendurch, die nebenbei abgearbeitet werden. Aber nicht, wo du denkst, mein Gott, ja, wird er das jetzt überstehen? Nee, da fehlt wirklich so ein bisschen das Ikonische, ein bisschen die Herausforderung für unseren Held. Bei all diesen genannten Bösewichten. Ja, ich glaube, dass solche Bösewichte, wie gerade die, wo wir auch genannt hatten jetzt schon, dass die eigentlich Stoff wären für mehrere Filme übergreifend. So wie jetzt Thanos zum Beispiel über mehrere Filme schon im Hintergrund der Bösewicht war, wo am Schluss kommt. Ja, aber so waren sie ja nur Fallobst für Thanos. Ja, richtig. Und das ist halt das Schade für diese Charaktere, weil gerade Ultron, finde ich, ist so ein geiler Charakter in den Comics. Ach, Ultron wird halt auch richtig geil eingeführt und dann ist der Fall ziemlich tief. Ja, ohne seine Maschinchen ist er ja nichts am Ende. Ja. Ja, das finde ich halt schade. Und ich weiß halt nicht, warum man dann zum Beispiel in Serienform, wenn man sowas in Serienform gemacht hätte. Ich weiß, das hätte jetzt nicht so viel Zuschauer vielleicht dran gezogen oder sowas. Aber gerade so ein Charakter wie Malekit, wenn man den in der Serie groß aufgezogen hätte. Ich glaube, der hätte viel mehr gewirkt als jetzt hier in dem Film letztendlich. Zu dem Zeitpunkt war ja an Serien noch nicht wirklich zu denken. Im Prinzip war es ja eigentlich, zu dem Zeitpunkt war es die Road zu Infinity War. Ja. Ja, oder zu den Avengers, Infinity Wars, Endgame und so weiter. Man siehe ja auch damals den Gegner von Iron Man, ja, den Mandarin, der ja sogar am Ende gar nicht mal der Mandarin war, sondern nur ein Fake. Also, und da benötigt man natürlich Gegner. Ja, aber man sollte sich vielleicht nicht unbedingt allen Gegnern gleich entledigen, ja, weil die könnte man ja auch später irgendwie so ein Stück weit einführen wieder. Ich meine, Loki in Avengers damals als Handlanger von Thanos, Ronan ja auch als Handlanger von Thanos. Malekit nicht wirklich. Malekit braucht oder will ja gar nicht alle Infinity Steine, sondern will ja nur den Aether, ja, weil er damit wiederum, wäre interessant, was wäre denn dann mit Thanos? Ja. Würde sich dann Thanos gegen Malekit erheben oder? Ja, aber vielleicht ist all das, was wir jetzt sagen, einfach zu komplex für eine mainstreamige Filmreihe. All diese ganzen Facetten, die wir jetzt auflisten, das haben sie jetzt so ein bisschen angefangen mit Falcon and the Winter Soldier und mit WandaVision, wo dann auch auf einmal ein Baron Simu plötzlich neue Facetten gewinnt und nicht mehr einfach nur ein manipuliver deutscher Bösewicht ist, sondern auch auf einmal seine grauen Stufen bekommt. Vielleicht ist das alles ein bisschen zu viel für einen mainstreamigen Blockbuster-Film. Oder für die ersten Phasen. Genau. Also dann berichtige ich meine Aussage, wo ich am Anfang genommen habe oder getroffen habe und sage einfach, ich finde stark, wie sie Malekit dargestellt haben. Ich finde also rein optisch her. Ich finde gut, dass es Christopher Eggleston gespielt hat, auch wenn man von seiner schauspielerischen Leistung jetzt nicht viel durch diese Maske sieht. Aber was sie halt aus diesem Gegner wieder gemacht haben, das ist halt wieder so typisch Marvel. Aber das ist uns ja allen schon bewusst, dass Marvel das nicht hinkriegt, beziehungsweise Disney. Vor allem dieser Endkampf, das ist fast eine 1 zu 1 Kopie von dem Endkampf aus Blade 1, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Richtig, ja. Da ist mir wieder so, das ist aber wieder eine Logik-Lücke oder Logik-Fehler in den ganzen Filmen. Aber das ist halt, wie gesagt, Drehbuch geschuldet oder auch erzählerisch. Ich finde, ich denke mir immer so, wenn ich sowas sehe, okay, da werden gerade die neuen Welten durch die Konvergenz übereinander geschoben und die ganze Welt kann untergehen. Und nur Thor soll allein jetzt dagegen kämpfen. Wo sind denn die anderen? Die sitzen alle zu Hause und spielen gerade Playstation oder Fortnite und kein Bock oder was? Nee, das war für mich so einer der lustigsten Gags dann im Film. Ja, wir spoilern hier eh, wenn Thor den Hammer durch diese ganzen Welten schmeißt und Mjöln hier einfach nicht hinterherkommt. Ja. Also, der wirkt echt ein bisschen dödelig ohne seinen Hammer, der Thor. Ja gut, er verlässt sich ja gerade auch in den ersten zwei Teilen, verlässt er sich ja extrem auf seinen Hammer. Ja, also, er fühlt sich ja auch, also man sieht ja auch, wenn, sobald er seinen Hammer nicht hat, ja, oder solange er seinen Hammer nicht hat, fühlt er sich nicht wie Thor, ja, der Gott des Donners. Oder schon allein, wie er diesen Anfangsbösewichts, also da bei der Schlacht, diesen Obermotz, damit den Hammer mal eben auseinander nimmt, das hätte auch eine Sequenz aus Asterix sein können. Und ich finde, da kommt so eine der Stärken des Filmes raus. Ich habe beim ersten noch kritisiert, ja, diese blond gefärbten Augenbrauen, dieses künstliche Blondgefärben, das wirkte auf mich eine Spur lächerlicher. Da hat man die Farbregelung dann wieder ein bisschen runtergesetzt und trotzdem, die Darsteller wirken alle deutlich besser in die Rollen eingelebt. Und dadurch haben Darsteller und auch Asgard etwas Leichtfüßigeres, es wirkt nicht mehr so aufgesetzt, es wirkt deutlich organischer. Hängt auch vielleicht damit zusammen, dass es nicht so viel auf der Erde stattfindet und dann dieses Welten-Switche sich in Grenzen hält und man nicht diesen Kontrast so extrem wahrnimmt wie im ersten Teil. Da gebe ich dir recht. Ich finde, das ist aber auch das, was ich ja vorhin gemeint habe, dadurch, dass der ganze Film schon allein von der Kamera ein bisschen düsterer oder auch vom Setting her, also vom, im Theater würde ich jetzt vom Bühnenbild reden, ich weiß nicht, wie man das jetzt hier im Film sagt, aber es wirkt alles einfach ein bisschen düsterer und dunklerer und auch entsättigter von den Farben und dadurch wirkt für mich das auch authentischer fast, könnte man schon so sagen. Bedrohlicher. Bedrohlicher, richtig, das ist auch ein gutes Wort. Bedrohlicher. Es wirkt den ganzen Film über duster und bedrohlich, also es hängt ein Schatten über dieser heilen, strahlenden Welt. Ich meine gerade Asgard mit diesem riesigen Gold aus Gold oder so strahlenden Königspalast, der ja über alles hinweg ragt. Selbst der ist nicht so, dass man halber erblindet. Ja, gut gemacht, also gut dargestellt. Asgard hat übrigens Sanktionen bekommen, die hätten schnell umgebaut von Tor 1 zu Tor 2. Ist euch das aufgefallen? Ja, wurde ein bisschen verändert. Wurde ein bisschen stark verändert, ja, aber gut. Ich mag auch in den Filmen diese ganzen Anspielungen, also dass Avengers 1 nicht spurlos an denen vorbeigezogen ist, dass Eric Selvig dadurch, dass Loki ihn eine Zeit lang kontrolliert hat, den leichten Schaden hat und teilweise nackt rumflitzt und noch ein bisschen rumspinnt, einfach von dieser Gehirnmanipulation. Das war auch für mich ein richtig schöner Gag, wie dann Kat Dennings hinter dem herrennen muss und den ein bisschen unter Kontrolle halten muss. Also lustigerweise zu dem Zeitpunkt ist es so, dass da der Film Nymphomaniac rauskam, also da hat er dann die ältere Version von den Nymphomanen, ich glaube, wie hieß er, Shia LaBeouf, ja, da war es die ältere Version. Im Prinzip wirkt das wie so ein Mini-Teaser auf Nymphomaniac, wenn er da rumflitzt. Okay, ich finde Stellan Skarsgård macht hier als Dr. Eric Selvig, ich finde den Schauspiel ja mega in den ganzen Filmen, wo er da ist und gerade diese Szene, wo er festgenommen wird in Stonehenge und dann in dieser Irrenanstalt, wo auch übrigens Dings zu sehen ist, Stan Lee. Ich hätte es lustiger gefunden, hätte man da Donald Blake gesehen, also den Original-Tor-Arzt. Ja, richtig, dass da der Arzt gewesen worden hätte, Donald Blake, Schildchen auf der Brustelle, das wäre lustig gewesen, richtig. Aber wie er dann noch die Konvergenz erklärt von den ganzen Leuten, wo in dieser Psychotherapie da Anstalt sitzen. Mir macht Selvig halt wirklich irgendwie Spaß, ich weiß nicht wieso, aber die Skarsgårds, die können's, wenn man sie von alleine lässt. Gut, sollen wir dann mal auf Loki zu sprechen kommen, was er für eine Entwicklung hier in dem Film macht oder habt ihr noch ein paar andere Punkte zu einem Film? Ja, es ist ja der, ich glaube der dritte Film im Laufe der ersten vier Phasen, wo ein weiterer Infinity-Stein einfach eine Wichtigkeit erhält und auch erklärt wird. Ja, weil es ja auch in diesen ersten Phasen immer so ein bisschen nebenbei und man weiß noch nicht so wirklich die Bedeutung der Infinity-Steine, man weiß, okay, sie sind mächtig. Der Unterschied ist auch noch zu diesem roten Äther, dass er ja auch gar nicht erst mal als Stein auftritt, sondern als wie so eine ... Ja, Wolke würde ich fast sagen. Ja, wie so eine Pestwolke und wo man erst im Prinzip diese Kraft konzentrieren muss und einschließen muss in ein Kristall. Was man ja leider auch selbst in Avengers Infinity War nicht sieht, wie das Thanos macht, sondern er hat ihn auch zu dem Zeitpunkt dann einfach, nachdem er auf Nowhere war beim Collector. Und es ist der nächste Teil, wo halt der nächste Infinity-Stein eingeführt wird, ja, und trotzdem weiß man am Ende eigentlich nicht wirklich, oder die, die halt nicht die Comics kennen, so wie ihr, ja, was hat's denn damit auf sich? Ich meine, da haben wir den Tesseract, da haben wir dann den Dankenstein bei Loki in Avengers. Ja, okay, wir haben einen Haufen Steine, aber ... Was machen die? Ja. Oder wofür sind die gut? Richtig. Ja, und man kriegt lange, lange Zeit eigentlich immer nur so Häppchen vorgeworfen. Ich würde sagen, McGuffins sogar. Das ist ein treibendes Handlungselement. Du musst es nicht verstehen, weil du eben mehr mit den Helden mitfieberst. Mit diesem Ätherstein wird jetzt aber auch schon wahrscheinlich, also wir spekulieren hier, das hat Torben ja im letzten Cast schon angeschnitten, dadurch, dass Natalie Portman, also Jane Foster, mit diesem Ätherstein eine Zeit lang verbunden war. Könnte das sein, dass das Krebsleiden auslöst, dass ihr Charakter auch in den Tor-Comics dann hat, wenn sie zum weiblichen Tor wird. Denn in den Comics war das dann so, immer wenn sie dann in den Tor-Zustand geswitcht ist, also da war es dann auch so, dass Jane Foster, ähnlich wie Donald Blake, dann in den Tor-Zustand geswitcht ist. Immer in diesem Moment war dann die Therapie quasi beendet und der Körper war resettet und der Krebs war wieder komplett von neun da und hat angefangen, sie deutlich mehr zu zerfressen. Ich glaube, das wird jetzt in diesem Mainstreaming vierten Teil nicht ganz so deprimierend sein. Ich meine, wir wollen ja auch hier eine ganze Familie bespaßen, da wird dieses Krebsthema nicht ganz so eine abgefuckte Scheiße sein, wie er im wirklichen Leben nun mal ist. Ja, du meinst, es wird jetzt hier im MCU einfach so fortgeführt, dass sie von dem Äther diese Krankheit bekommen hat und das Tor-Daseins dann die Heilung für sie letztendlich ist. So in der Art habe ich das Gefühl, ja. Ja, genau, so ähnlich wie bei Deadpool praktisch, der ja dann auch erkrankt ist und dann durch diese Behandlung, sag ich jetzt mal, zu Deadpool wird und die Krankheit ist weg. Wenn sie es am Ende überhaupt mit dem Krebs verbinden. Ja, eben, das steht da nur... Ich glaube, ja, das wird so eine Randerscheinung ähnlich wie dieses Herzprojektil, das Iron Man in den ersten drei Teilen hatte, wo er diesen Reaktor dann einsetzen musste, bis er das Projektil dann irgendwann entfernen musste. Dass das vielleicht eher so eine Begleiterscheinung dann sein wird, der Krebsfall sind thematisierend. Praktisch als Erklärung, warum. Ja. Okay. Ja, in der ersten Phase war ja die Rede ja nur vom Tesserakt, aber was der Tesserakt letztendlich war, außer eine Energiequelle, haben wir in der ersten Phase vom MCU noch gar nicht so wirklich erfahren. Sondern es fängt ja erst, wie du jetzt schon gesagt hast, Boris, erst in der zweiten Phase an, dass so langsam die weiteren Steine dazukommen. Und auch hier zum ersten Mal in einer Post-Credit-Szene von fünf Steinen die Rede waren. Und vorher hat man noch nie was von diesen fünf Steinen gehört. In den Comics sind es übrigens sieben Steinen, aber ja, wir wollen jetzt nicht zu sehen wie Dragon Ball werden. Na, am Ende sind es sechs. Ja. Ja, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist halt, dass das erste Phase zwei, mal wahrscheinlich waren es in der Phase eins, noch nicht so sicher, wo das Ganze hingehen soll. Und dann erst gemerkt haben, durch den ganzen Erfolg, wo sie durch diese Phase eins bekommen haben und immer mehr Erfolg. Jetzt kommen wir dazu, deswegen war das Marvel-Universum am Anfang eben noch ein bisschen deutlich heller, ein bisschen fröhlicher. Da hat man sich noch nicht so getraut, diese düsteren Charaktere so zu bringen. Man wollte ja auch einen Kontrast bringen zu Christopher Nolans düsteren Batman-Filmen. Und bevor wir uns weiter verzetteln, das ist die Road to. Wir sind bisher noch gar nicht auf Loki-Eingang. Dem widmen wir jetzt ja einen ganzen Teil. Richtig, genau. Und da wollte ich ja vorhin schon drauf zu sprechen kommen, aber das machen wir jetzt an der Stelle. Genau, Loki, seine Entwicklung. Letztendlich startet Loki hier ja nicht als Bösewicht, sondern als Gefangener. Und nur durch den Tod von Frigga, also seine Mutter. Wie sag ich das jetzt? Er scheint sich wieder was bei ihm zu bewegen innerlich. Weil am Anfang, wo er ja gefangen wird, ist er immer noch diese arrogante, sag ich mal so, ist mir alles scheißegal, ich möchte hier alles brennen sehen. Ich sehe das aber eher als Schutzfunktion von ihm. Also ich würde, das ist, also für mich wirkt Loki gebrochen. Ja, das sowieso. Also nicht nur, ich meine, Friggas Tod kommt ja erst ein bisschen später. Er will ja gegenüber, also er zeigt gegenüber Thor, seinem Halbbruder, keine Schwäche. Das kann er sich einfach nicht leisten. Und er redet ja auch immer wieder davon, er ist der würdige Nachfolger von Odin und alles mögliche. Und was ihm alles zusteht. Und obwohl er ja nicht mal der echte Sohn von Odin ist, ja. Also das ist für mich nur eine Maske, die er trägt am Anfang, ja. Dass sich beide wieder näher kommen, liegt natürlich an dem tragischen Tod von Frigga, ja. Weil Thor braucht Loki, ja. Weil er hat ihn ja eigentlich auch schon abgeschlossen. Also für ihn ist ja die ganze Sache mittlerweile beendet. Der wird sein Leben lang 5000 Jahre, 6000 Jahre da im Knast hocken und Ende. Nicht zu vergessen, der ist noch eine Spur benommen, weil der Hulk ihn ordentlich verdroschen hat. Und er steht nicht mehr unter dem Bann vom Gedankenstein. Nicht nur das, ich würd halt sagen, der ist in so einer Mischung aus Erkenntnis und trotzdem noch Trotzphase nebenbei. Wie so ein trotziges kleines Kind. In ihm brodelt es und ja, man merkt halt, er hat richtig viele Leute geärgert. Weil er merkt, wenn dann die Leute zu ihm hinkommen und ihn bedrohen, ja, ich werd dich umbringen, ich werd dich umbringen. Und er dann nur sagt, ja, siehst du mal, du musst dich erstmal bei all diesen Leuten anstehen, bevor du mich umbringst. Es wird immer länger. Also Tom Hiddleston ist der perfekte Darsteller für Loki. Also er spielt es unfassbar gut, egal wo er auftritt, egal in welchen Filmen, egal wie klein seine Rolle ist. Ob er jetzt mal den Bösewicht spielt, den Gott des Schabernacks oder den nervigen Bruder oder wie auch immer. Also ich finde gerade Tom Hiddleston liebt seine Rolle als Loki. Ja, das hat er auch schon in Interviews und so von sich preisgegeben, dass er es liebt, Loki darzustellen oder zu geben. Absolut. Das liebt er. Und das sieht man. Also er spielt und er hat, gerade Loki, finde ich, egal wie klein seine Auftritte sind, seine Auftritte haben immer Charaktative. Also man sieht ihn als trauernden Loki, man sieht ihn als hetzenden oder bösen Loki, man sieht ihn als verschlagenen. Und man sieht ihn aber trotz allem irgendwo immer auch als liebenden Bruder, weil ich kann, also bei aller Ehre, er liebt seinen Bruder. Das kann mir kein anderer, also spätestens dann in Avengers Infinity War, wo er ja Thanos unterbricht, schon da sieht man, also da ist dann so der finale Schritt, ey, eigentlich ich liebe meinen Bruder, trotz allem. Ja, und natürlich, wir hauen uns manchmal die Fresse blau. Und, oder wie es einmal Thor erzählt, hat er eben was, eine Schlange, ne, irgendwie. Der hat sich in eine Schlange verwandelt, weil Thor Schlangen mag. Genau. Dann hat er einen als Schlange gebissen. Genau, und dutzend Mal zugebissen, ja, also im Prinzip ist es eigentlich wie zwei Brüder, so typische zwei Brüder heutzutage, die sich so gegenseitig lieben ohne Ende, aber trotzdem manchmal so an die Gurgel gehen. So eine Art Hassliebe, das ist fast ähnlich wie schon bei den Filmen Megamind, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den gut animierten Film, da schafft es ja Megamind, den Meteoroman, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der eigentlich hält, schafft ihn ja zu besiegen, in Anführungsstrichen, und dann weiß er nicht mehr mit sich anzufangen, was er machen soll jetzt, weil sein bester Kumpel, obwohl sie eigentlich Feinde waren, ist jetzt auf einmal weg. Und das ist genauso hier wie bei Thor und Loki, die hassen sich eigentlich, aber lieben sich genauso, wie sie sich hassen. Und der eine kann ohne den anderen. Du siehst ja auch zum Beispiel die Szene auf diesem dunklen Planeten, wo Loki ja stirbt, wie Thor völlig am Heulen ist und trauert um seinen Bruder. Und gleichzeitig, davor wollte er noch mit dem Hammer zerschlagen. Es gibt davor schon eine wichtige Stelle, die zeigt, dass Loki nicht nur böse ist. Trotz allem rettet er in der entscheidenden Situation Jane das Leben, wo du auch nicht am Anfang mitgerechnet hättest. Trotz allem liegt ihm da was dran, dass sein Bruder seine Freundin behält. Meint ihr, Loki und Thor haben Jane von diesem Plan mit dieser abgeschlagenen Hand erzählt? Oder haben sie die im Ungewissen gelassen, damit sie so reagiert, wie sie reagiert? Ich glaube, das Letztere. Ich glaube auch, das Letztere. Also es war ein abgesprochenes Spiel, ein abgekatertes Spiel, aber definitiv wusste Jane Foster nicht wirklich, also dass sie vielleicht einen Plan hatten, ja, aber nicht, was alles war. Wenn du siehst, wie Jane in den Filmen versucht, überrascht zu spielen, das wäre nicht gut rübergekommen, wäre sie eingeweiht, da hätte man ihr das in ihrer Dödeligkeit, sorry, dann doch angemerkt. Oh nein, Thor fehlt eine Hand. Oh nein, was ist passiert? Hilfe! Also selbst Malekith, der blasse Malekith, ich glaube, selbst der wäre nicht drauf reingefallen. Die Sache ist, wie habt ihr das empfunden, als das passiert ist in dem Moment? Wart ihr schockiert oder wart ihr so, oh was, krass? Oder habt ihr gedacht, das ist mit sich jetzt so abgekatertes Spiel? Boah. Da muss man sich jetzt zurückerinnern nach 2013, wie habe ich das damals empfunden im Kino? Also es war schon. Es ist nicht so, dass wir alle den Film die Woche aufgefrischt haben, nein. Nein, nein, nein. Also, dass mal eine Hand abfliegt, war ein bisschen überraschend für Marvel. Ja. Dass mal so eine Hand einfach abgeschnitten wird, ja, war so, öh. Natalie Portman dürfte es gewohnt sein, die hat immer in der Skywalker-Saga mitgespielt, für die ist eine fliegende Hand nichts Ungewöhnliches. Aber sie war ja nicht dabei, ne? Jedes Mal, wenn er die Hand verloren hat. Ja. Da war sie dabei. Ja. Nein, also, ja, also ich glaube, am geschocktesten, wenn man das Schock nennen kann, war, glaube ich, dass man in Marvel so, was? Eine abgetrennte Hand sieht, ja, weil das ja FSK 12, ja, und wir wissen, dass Marvel immer versucht, am besten noch den Frischgeborenen zu zeigen, zu dürfen, ja, ihre Filme. War es in der Hinsicht ein bisschen so, oha, aber, ja, geschockt, glaube ich, eher nicht. Ja, das war so ähnlich, war es nämlich bei mir auch, weil ich dachte so, komm, die können Thor jetzt doch nicht in der Hand. Nee, das ergibt ja auch keinen Sinn. Das funktioniert ja in den späteren Sintern nicht mehr. Aber man weiß ja in den zukünftigen Filmen, wo wir noch besprechen, dass ja durchaus auch andere Körperteile mal ersetzt werden. Ja. Was ich aber persönlich schade fand. Ja. Ach. Es kommt Odin ähnlich. Ja, genau. Nur, dass er dabei nicht wirklich eine Weisheit erlangt. Ja, mein Gott. Wenn ich durch jedes fehlende Körperteil Weisheit erlangen würde, dann könnte man mich Stummelchen nennen. Ich möchte jetzt noch eine. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich möchte jetzt noch eine Szene ansprechen, die Loki sehr gut inszeniert oder auch diesen Kamerawechsel gut einfängt in diesem Film. Und zwar, als sie aus Asgard flüchten, Thor und Loki. Und Thor ja sagt so von wegen, ja, wir sind zu auffällig. Wir müssen leise sein oder wir müssen halt den Verdacht von uns ablenken. Und er verwandelt sich dann unter anderem in eine Asgardianische Wache. Oder halt auch in Captain America oder auch Thor in Siv. Was ich halt in dem Film ein seltsam aufgesetztes Element fand, war, dass Lady Siv trotzdem halbwegs als Love Interest von Thor inszeniert wurde, obwohl man wusste, da wird nichts laufen. Ich meine, Lady Siv spielt ihre Rolle gut, nur fand ich ja dieses Anbandelein, dieses Liebesdreieck, das war wirklich das unausgekochenste Liebesdreieck seit langem. Da war keine Bedrohung von außerhalb oder sonst was, wo du dachtest, mein Gott, wird er jetzt eher mit Lady Siv da zusammenkommen oder so? Nee, ich fand das ein bisschen unnötig. Die hat auch ohne diese romantische Beziehung funktioniert und hat gezeigt, es war mit so einer der Vorreiterinnen, die eine Kriegerin gezeigt haben im MCU. Also ich finde, dass, wenn wir schon über Lady Siv reden, dass wir dann auch eventuell kurz über die anderen Kameraden von Thor reden. Wolstack, Thandral, Pogun. Und wir meinen jetzt mit Siv natürlich Lady Siv und nicht die Siv aus Star Wars. Schon wieder Star Wars. Ich finde, dass alle vier irgendwie eigentlich keine großartige Rolle spielen. Also sie gehen... Naja, sie müssen halt die Wachen aufhalten, aber das ist auch alles, was sie mit dem Film zu tun hat. Also ich finde, ob jetzt die vier dabei sind oder am Ende nicht. Ja, ich meine, in Thor 3 ist ja nicht mal mehr Lady Siv dabei. Und in Teil 4 wird sie wieder dabei sein. Ja, aber eine wirkliche Wichtigkeit haben die auch nicht. Alle vier. Das ist halt ein nettes Easter Egg für Thor-Fans, aber mehr sind sie nicht. Nee. Man sieht sie gern. Richtig. Das war's. Ich finde, die haben teilweise hier im zweiten Teil sogar noch weniger zu tun als im ersten Teil. Und im ersten Teil waren sie eigentlich schon nett wirklich von Belang. Einigen ist es ja noch nicht mal aufgefallen, dass Phantral da von Zechari Levy dann ersetzt wurde. Einfach, ja, es war nett, aber bei weitem nicht diese Herausforderung, die man in den Mainstream-Filmen machen kann. Dafür gab es da viel zu viele Handlungsstränge, die interessanter sind. Aber hätte man die ausgeblendet, hätte man gefragt, wo sind denn die jetzt? Aber ich finde, gerade über die vier Charaktere könnte man auch super eine Serie machen. Ja, sag das. Nee, ich sag das. Ich finde, dass über die vier Personen, also Volstark, Phantral, Hugoon und Siv, könnte man auch eine gute Serie machen. Könnte man. Ja, ich sag ja, er sagt das. Kevin Feige gehört bestimmt unseren Cast und nächste Woche oder in zwei Monaten wird angekündigt, oh ja, es gibt eine Tales of Asgard-Serie, da würden die dann am ehesten reinpassen, würde ich sagen. Also, wenn man Tales of Asgard bringt, dann würden diese vier. Die Hauptcharaktere spielen. Und Thor, welch hat das auch immer, in welcher Inkarnation dann sein wird, wird dann höchstens mal als Cameo reinschauen oder Loki wird dann ab und zu mal im Hintergrund die Fäden ziehen. Nur, dass man dann seine legendäre Kappe sieht und dann wahrscheinlich dafür noch nicht mal Tom Hiddleston braucht, weil der dann für die Serie vielleicht zu teuer ist. Ja, kann sein. Denkt er, Anthony Hopkins wird da mitspielen? Ich meine, bei dem wird schon langsam eng mit 85, ne? So, wo wir jetzt noch gerade bei kleinen Rollen sind oder waren, würde ich gerade noch Benicio del Toro ansprechen. Weil den sieht man ja eigentlich, genau, als Kollektor, den sieht man ja eigentlich nur hier kurz in der Post-Credit-Szene. Als Kollektor, wie er schon gesagt hat, und nimmt halt den Aether von Sif und Volstark entgegen, dass der bei ihm verwahrt wird, weil sie haben halt den Tesseract bei sich schon gelagert. Und zwei Steine nebeneinander ist denen zu gefährlich. Und er dann die Szene eigentlich nur noch beendet mit einer da, fünf fehlen noch. Ich habe mir bei der Szene halt gedacht, wieso spielt Benicio del Toro jetzt auf einmal David Bowie? Stimmt, stimmt, stimmt. David Bowie hätte es auch gut spielen können, richtig? Das wäre halt so ein typischer Cameo für David Bowie gewesen. Und David Bowie war im Prinzip für Guardians of the Galaxy 2 bei den Ravagers, also da, wo Sylvester Stallone gewesen wäre. Da hätte er einen Cameo noch gehabt. Ich finde halt, dass sie hier mit Benicio del Toro einen coolen Charakter, also den Kollektor einführen, aber letztendlich im MCU wieder nicht viel draus gemacht wird. Ne, und da sag ich, da kommt diese Ambivalenz hinzu, die wir erst in den Serien herausarbeiten konnten. Also, diese Graustufung, die zum Beispiel jetzt eine Scarlet Witch bekommen hat, die wäre in den Mainstreamigeren geregelten Filmen gar nicht möglich gewesen. Da hätte man auch gar nicht die Zeit, da will man mehr Events zahlen. In so einer Serie hast du dann zwei Stunden Zeit für Charakterisierung, drei Stunden für Event. Hier ist die Gewichtung halt, wie wir es schon gemerkt haben, anhand der vielen Darsteller ein bisschen unausgegoren. Oder auch eine schlechte Mische, so ein bisschen. Ja, der Kollektor kommt halt eher wie so ein Trödelhändler rüber. Richtig. Also, die Rolle, die er eigentlich in den Comics auch wieder hat, auch da ist wieder dieser, dass es Marvel nicht schafft. Also, gerade der Kollektor hat ja eigentlich auch in den Comics eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ja, oder eine sehr, sehr tragende Rolle. Genauso wie dann auch sein Bruder, der Grandmaster. Genau. Dessen Wichtigkeit ja komischerweise in Thor 3 auf jeden Fall dargestellt werden konnte. Aber der Kollektor, egal wann er auftaucht, und das sind ja trotz allem immer noch drei Filme, ja, mit Thor 2, Avengers Infinity War und Guardians, schafft man es, finde ich, nicht, den Kollektor diese Tiefe zu vermitteln und diese Tragweite seiner Figur rüberzubringen, wie das jetzt zum Beispiel bei der Grandmaster nur in einem einzigen Film gezeigt worden ist. Richtig, richtig. Und das ist ja der Punkt, wo ich gerade meinte. Ja, weil der Kollektor ist einfach doch, jetzt nicht nur, weil es Benicio del Toro spielt, der auch ein grandioser Schauspieler ist, ja, aber es ist schade, ja. Die Sache ist halt, in den Filmen hier im MCU wird der Kollektor ja so dargestellt, wie du schon sagst, als würde so Kram sammeln. Man sieht zwar im Hintergrund, dass manche Röhren ausgestattet sind mit Wesen, also Alienrassen oder auch andere Personen. Ja, zum Beispiel den Slugs da aus Sliver sind die zum Beispiel ausgestattet. Genau. Auch eine nette kleine Homage dann an James Gunn. Genau. Und in den Comics war es ja so, dass der Kollektor ja teilweise Superhelden aus mehreren Universen oder von anderen Planeten ja gesammelt hat und auch in so Röhren und die dann gegeneinander antreten hat lassen. So, und das wird hier in den Filmen überhaupt nicht irgendwie erwähnt oder in die Richtung geht. Ich würde sogar eine Spur tiefer gehen im Prinzip. Ist er hier so eine überdimensionale oder galaktische Version des Comic Book Mans aus den Simpsons? Ja, vor allem, man muss mal überlegen, man sagt, okay, der Ätherstein ist unfassbar stark. Den Tesserakt, den man derzeit bei sich hat, der ist auch unglaublich stark. So, man möchte die, man ist, man möchte die nicht zusammenlagern, weil man damit automatisch vielleicht dann zwei Steine hätte, obwohl man das ja gar nicht so genau sagt, aber das wäre einfach zu gefährlich. Ja, später wissen wir, okay, zwei Steine in einem Gebäude ist immer scheiße, ja. Ja, aber ja, dann gehe ich einfach mal zu irgendeinem Kollektor, zu dem weiß, also man weiß ja später gar nicht, dass es auf Nowhere stattfindet, ja, wo er sich aufhält, wo er sein Lager hat. Und gibt irgendeinem, der sich halt Kollektor schimpft, einfach mal einen der mächtigsten Steine im ganzen Universum. Ja, ist so ein bisschen, finde ich, undurchdacht. Also ohne ihm so ein bisschen mehr Wichtigkeit einzuräumen. Ich könnte es mittlerweile sogar eher verstehen, wenn man sagt, okay, man gibt einen der Steine, zum Beispiel nach Tor 3, dem Grandmaster, ja, weil bei dem weiß ich, bei dem ist er sicher. Das ist halt dieser McGuffin, der Film muss weitergehen, deswegen erschießt auch ein Star-Lord Thanos oder man bringt Dutzende Stellen, wo man ihm den Handschuh hätte reißen können und die verkacken es. Also irgendwie will man die Handlung dann ja voranbringen. Und da ruht man sich dann halt auf alteingelatschten Filmklischees aus. Ja, schade. Ja, eigentlich schon, ja. Finde ich echt schade. Gut, ich würde jetzt dir, Boris, gerne noch die gleiche Frage stellen, die ich Torben bei Tor 1 gestellt habe. Und zwar wissen wir ja, dass die Serie Loki direkt nach Avengers 1 spielt. Und wie siehst du die Weiterentwicklung oder was würdest du sagen, wo geht die Reise von Loki hin in der Serie, was so deine Vermutung ist? Also auch, ich habe natürlich den Trailer schon gesehen oder die Trailer, mehreren Trailer, Teaser und wie auch immer, was es da mittlerweile schon gibt. Es nimmt ja erst einmal einen ganz anderen Schlag ein, glaube ich, wie man es vorher von den ganzen Marvel-Filmen kennt und auch jetzt von den Serien. Beide Serien spielen ja, die wir mittlerweile kennen hier, WandaVision und Falcon and the Winter Soldier spielen ja auf der Erde. Bei Loki sieht es dementsprechend nicht danach aus, dass es die Erde ist. Und viele vermuten ja auch, dass es diese sogenannten Time Watcher sind, die einfach diese Zeitsprünge überwachen. Also man geht da auf neues Terrain, aber sehr interessantes Terrain. Also ich glaube, ich werde die Loki-Serie verschlingen. Es sieht auf jeden Fall interessant aus, ja. Was sie daraus machen, ich möchte mich da eher überraschen lassen. Also ich glaube, mit der Cast und auch jetzt Kevin Feige und wer da noch alles dahinter steht. Also ich glaube, dass es schon ein Knüller wird. Meinst du, sie haben nach der Serie genauso ein Reveal wie bei Falcon and the Winter Soldier oder bei WandaVision, dass wir wissen, mit dem Charakter geht es im MCU noch weiter? Ja. Weil die gleiche Frage habe ich jetzt zum Beispiel auch Torben gestellt und er hat dann die Theorie aufgestellt, dass wir den verstorbenen Loki, der ja in Infinity War gestorben ist, dass der da gar nicht gestorben ist. Nein, also ich glaube, dass der Tod durch Thanos, jetzt muss man in der Hinsicht auch wieder spoilern, der endgültige Tod war von Loki, von diesem Loki. Ja, wie es auch Gamora passiert ist und so weiter. Ja, aber ich denke, dass durch diese Szene in Endgame, dass man ihn natürlich aus einem Paralleluniversum genauso wie Gamora auch zurückholt. Dafür ist er einfach zu begehrt oder zu geliebt im MCU. Ich denke, dass Tom Hiddleston noch unglaublich viel vorhat mit dem Charakter. Und ich denke, dass der auch eine, wir haben es ja auch schon mehrmals gesagt, Loki ohne Thor ist scheiße, Thor ohne Loki ist scheiße. Ja, die beiden brauchen sich. Und ich denke, dass der auch weiterhin eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, weil so unwichtig, wie man ihn manchmal so ein bisschen betrachten könnte, ist er ja eigentlich gar nicht. Man muss bei Loki und bei zum Beispiel auch Sebastian Stan einfach bedenken, Tom Hiddleston und er, das sind ziemliche Frauenmagneten. Würdest du die beiden aus dem MCU streichen, dann würden schon mal die weiblichen Zuschauer zum Großteil wegfallen. Deswegen versuchen die auch, die, solange es geht, drin zu behalten. Also ich denke, dass er endgültig tot in Avengers Infinity war. Nicht jetzt so wie jetzt in Thor 2, wo er da mal stirbt, weil einfach Thanos dafür zu, ja, brachial und zu göttlich schon ist, um dass er dem Ganzen so ein bisschen entgehen kann. Der kann ja nicht jedem Tod strotzen. Aber er wird wiederkommen, aber dann in dieser Variante, der andere Sachen erlebt hat, wie er es ja eigentlich dann nach Avengers erlebt hätte. Und der stellt natürlich wieder die Frage, wie reagiert dann der, wenn, nehmen wir mal an, jetzt machen wir mal hier große Spinnerei, nehmen wir mal an, es ist, also es ist dieser Parallel-Loki, der irgendwann mal eventuell zu den jetzigen Avengers, die wir ja alle durch die Filme kennen, dazu stößt. Und wie kommt er mit dem Tod von Odin klar? Wie kommt er mit dem Tod von Frigga klar? Wie kommt er mit den ganzen Veränderungen klar? Dann eventuell, ja, Tor 4 steht vor der Tür mit dem weiblichen Tor. Also der wird ja wirklich, weil er ja ein ganz anderes Erlebnistour hinter sich hat, wie der Loki, den wir bis Infinity War kannten, da ist natürlich wieder alles offen. Ja, wird er eher böse? Wird er gut? Spielt er vielleicht doch nochmal einen der Oberbösewichte? Weil auch in den Comics ist er nicht immer der Liebe, ja. Also das, man, man hält sich vieles offen, ja, durch dieses Parallel-Multiversum. Ich glaube fast, dass es so ein bisschen das Rick und Morty im MCU wird. Ah, ja, das ist eine coole Idee. Weil man sieht ja auf dem Poster, also sieht man ja zum Beispiel diese Comic-Uhr, das heißt, er wird auf jeden Fall auch in diese Comic-Variante irgendwann mal gehen. Dann sieht man natürlich auch in den Trailern schon, dass er manche Situationen, wo wir im MCU schon erlebt haben, dabei ist, aber nicht mitwirkt. Also ich denke schon, dass es so eine Art Rick und Morty wird. Ich glaube sogar, diese Comic-Uhr wird vielleicht sogar dann dieses Bindeglied zu der What-If-Serie. Genau, richtig. Also ich finde, das letzte Eugen, also das letzte Bild, was ich von Loki jetzt gesehen habe mit diesen Time-Watchers, erinnert mich irgendwie an einen Cover von Doctor Who. Du hast ja auch in der Serie viel Zeitgesprünge. Im Prinzip wird er zu einer Art bösen Doctor Who durch die Serie, nur dass es dann auch ein bisschen durch Zeitagenten kontrolliert wird. Da fehlt nur noch eine Telefonzelle. Ja, die Telefonzelle ist besetzt. Aktuell würdest du keine Telefonzellen mehr finden. Und die Telefonzellen, die du findest, das sind so ausrangierte Buchecken. Also diese Doctor Who-Telefonzelle, die war damals omnipräsent, weil es damals viele Telefonzellen gab. Heutzutage würdest du was anderes wahrscheinlich bringen. Aber eine Frage hätte jetzt mal ich, vielleicht könnt ihr mir das. Also ich bin jetzt vielleicht mal ein bisschen dämlich in der Hinsicht, aber kann mir mal einer erklären, warum gerade bei der Loki-Schrift das so asymmetrisch genommen worden ist? Ich meine, wenn man Falcon und WandaVision ist, ja trotz allem immer so eine Geradlinigkeit. Und gerade bei Loki, dieses Asymmetrische sieht eher aus wie so ein Massenmördertäter, der mit irgendwelchen Drohbriefen um die Ecke kommt, die noch aus den Zeitschriften rausgeschnitten sind. Im Prinzip passt es schon fast, dass es aus verschiedenen Epochen ist oder aus verschiedenen Welten, die Buchstaben sind. Weil in jeder Welt wird Loki vermutlich mal einen anderen Charakter darstellen müssen oder anders sich geben müssen. Also wieder haben wir diese Multiversen damit angeschnitten. Ich glaube sogar, dass man hier nochmal ein schönes Stück mehr zu den Multiversen ranbrischt. Und Loki mit so einer ordentlichen Times New Roman-Schrift oder so, das würde nicht passen. Das soll nochmal die Anarchie von dem Charakter darstellen, dass er sich nicht einordnen lässt. Es wird ja auch im Trailer schon gesagt, dir glaube ich nicht. Du hast 50 Mal jeden deiner Freunde hintergangen. Ich finde halt an der ganzen Geschichte so interessant, dass man gerade eigentlich mal einem Nebendarsteller so eine Wichtigkeit am Ende zukommen lässt, weil dieses Multiversen, es war ja immer nur im Gespräch. Das erste Mal wirklich erlebt haben wir es dann in Endgame mit diesem Multiversum. Und er bringt eigentlich so das erste Mal Licht in dieses ganze Wirrwarr rein. Oder wird es bringen hoffentlich in Loki in der Serie. Also ich finde es schon überraschend, dass eigentlich so ein Sidekick, sagen wir mal, von Thor dann am Ende so eine Serie bekommt, der, also er hat es sich verdient, aber der dann da Licht in die ganze Dunkelheit reinbringen wird. Vor allem hoffe ich, dass das wirklich diesen aufgesetzten Abgang von ihm in Endgame dann aufwertet und diese Serie vielleicht dann das nochmal schön begradigt. Was ein Endgame bei mir mit den vielen Zeitsprüngen einfach so ein bisschen ermüdend gemacht hat, weil sie da einfach in alte, bekannte Gefilde gegangen sind, wirkte für mich ein bisschen einfallslos. Hier hat man dann endlich einen Typen, der mit einer hier rangeht, der die Zeit vielleicht ein bisschen auseinander nimmt. Das finde ich dann wieder interessanter. Ich würde sogar sagen, das ist schon fast eher Bill und Ted. Stimmt auch, stimmt auch. Gut, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Wenn keiner mehr von euch einen Punkt hat, der gerne noch ansprechen würde, dann schließen wir ja die Akte. Wir machen Tor Nummer zwei zu. Wir machen Tor Nummer zwei die Akte zu, genau. Von jedem dann noch ein kleines Fazit zu dem Film. Und dann vergeben wir Punkte. So, wir haben lange diskutiert, was wir geben. Letztendlich sind wir auf Konvergenzen hängen geblieben. Das heißt, wir vergeben null bis fünf Konvergenzen von neun Welten. Hat das jemand verstanden? Also wir vergeben null bis fünf. Und ich würde sagen, Boris, fangen wir an. Hau mal raus, kleines Fazit und dann Punkte oder Konvergenzen. Also mir hat schlicht und ergreifend definitiv dieser Schleier über dem Film gefallen, diese etwas düstere Stimmung. Das hat die Darstellung der Schauspieler ist gut. Die Geschichte, ja, auch ist okay, würde ich jetzt mal sagen. Malekith leider unterdurchschnittlich schlecht dargestellt. Und auch die Dunkelelfen, ja, ich finde halt einfach so eine Fünf-Minuten-Einweisung da am Anfang. Der Krieg zwischen den Asen und den Dunkelelfen hat auch nicht so die Wichtigkeit dargestellt, die die Dunkelelfen eigentlich im Universum von Marvel haben. Ich würde, also der Film ist sehenswert, der Film ist auch definitiv nicht so schlecht, wie er manchmal dargestellt wird. Ich würde dem Ganzen, ja, gute drei, drei volle Welten oder Konvergenzen geben. Es sind leider dann doch ein paar schwache Teile oder schwache Sequenzen dabei. Ich gebe dem Ganzen auch drei von fünf Punkten. Man hat hier wirklich extrem viele lustige Cameos, wie zum Beispiel Chris O'Dowd, diesen Typen von IT-Crowd und viele lustige Details. Aber im Prinzip hat man sich auch hier so ein bisschen verhoben mit diesen ganzen Handlungssträngen und so. Der hätte auch eine halbe Stunde Erklärung mehr gut getan. Vielleicht hätte das auch ein Malekid nicht ganz so blass werden lassen. Dafür, was er auslöst, bleibt er halt relativ blass und medium, obwohl ich den Darsteller mag. Und ich weiß, der kann es eigentlich besser. Aber alle anderen haben scheinbar Spaß. Deswegen, ja, drei von fünf Konvergenzen. Okay. Ich mache es kurz und schmerzlos. Ich habe 3,5 Konvergenzen gegeben, gerade weil ich ihn so schön düster finde, im Gegensatz zu den davorigen Teilen. Also die davor waren halt knallbunt und das finde ich halt schön, dass sie ja jetzt ins Dunklere gegangen sind. Und ja, ansonsten bin ich bei euch beiden völlig dabei bei der Meinung, die ihr gedreht habt. Also ich kann nichts weiter hinzufügen. Genau. Also einen Punkt hätte ich noch, was ich mir so ein bisschen für die Zukunft wünschen würde. Ja, was gerade Marvel angeht, egal ob Serien oder Filme. Also ich wünsche mir einfach, dass Marvel diesen Endgegnerverschleiß nicht so weitertreibt, wie sie es jetzt in den ersten vier Phasen gemacht haben, mittlerweile sich ein bisschen gebessert haben jetzt durch die Serien. Weil einfach der Verschleiß dieser großen Namen in dem Universum ist einfach unglaublich. Und wenn das so weitergeht, dann hat selbst das Marvel-Universum, was seit wie vielen Jahren mittlerweile existiert, 60, 70 Jahre, irgendwann keine Gegner mehr. Ja, also man sollte vielleicht kleinere Gegner und jeder dieser Superhelden hat ja mehrere Gegner. Vielleicht so kleinere Gegner. Ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht mehr Spider-Man, Iron Man oder America und so weiter gegen so kleine Bankräuber antreten lassen. Das ist mir schon klar. Ja, aber ich finde einfach Ultron, Malekith, Ronan, so wichtige Charaktere so zu verschleißen auf Dauer oder Dormammu. 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 Ja, auch da zu wichtig eigentlich die Figur, um sie so dann im Prinzip abzuhaken. Ja, in so fünf Minuten. Ich hoffe, dass dieser Verschleiß aufhört. Das ist genauso wie so ein Dr. Van Doom, der ja eigentlich nicht nur von den Fantastic Four Gegner, sondern eigentlich auch von den Avengers großer Gegner teilweise war. Also er muss kein Endgegner werden. Ja, nicht jeder dieser Leute muss ein Endgegner werden. Malekith wäre jetzt zum Beispiel als finaler Boss von der Phase total wieder überzogen. Ja, aber ja, so als nicht Final-End-Boss-Gegner dahin stellen, aber vielleicht so eine Stufe davor. Ja. Ich hätte eine Idee, wie man wieder mal als Gegner bringen könnte. Ich habe Vincent D'Onofrio gerne als Kingpin gesehen. Das wäre auch mal ein schöner Kontrast, dass ein normalsterblicher auch übernatürlichen Helden ordentlich an Schaden zufügen kann. Einfach wegen dieser ganzen Macht, die er da draußen hat. Dieses SEMO-Prinzip. Genau, ja. Gut, aber das haben wir ja eigentlich in Spider-Man eigentlich auch recht gut bekommen. Also da ist es ja auch so, dass zum Beispiel Schocker, den ja nur Altbekannte, also den erkennen werden, dass es Schocker ist, oder auch der Vulture, waren ja jetzt auch keine super extremen Aliens mit Supermächten. Ja, das waren ja auch zum Beispiel durch diese Alien-Technologie so ein bisschen gesteuert und natürlich verstärkt, aber da fand ich es eigentlich gut rübergebracht. So meine Meinung. Richtig. Also Vulture, wer war es noch? Schocker und wer war im nächsten Teil? Hier Mysterio. Mysterio war, doch, der war cool. War ein reiner Mensch. War ein absolut reiner Mensch. Ja, genau. Nee, das ist auch mal wieder so, wie könnte man es sagen, Strategen so ein bisschen in die Bösewichterie geschaffen. Da habe ich auch Bock drauf. So, ich würde sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr mal ein Special haben wollt über Bösewichte im MCU, wo wir nur über Bösewichte reden, dann schreibt hier unten drunter in die Kommentare, lasst Likes da und schreibt auf jeden Fall auch über welche Bösewichte ihr gerne mal gesprochen hören wollt. Dann melde ich mich gleich mal als Gast an. Genau, dann können wir das tun, weil wir würden jetzt hier an der Stelle Tor 2 beenden, weil wir sind schon über unserer Zeit, wenn ihr mit mir da konform seid. Dazu würde ich jetzt erstmal auf bei mir Coffee und so verweisen, weil damit kann man das dann erst ermöglichen, also an unsere Affiliate-Links, dass wir solche Speziale bringen. Genau, also da auch bitte mal schauen in den Shownotes und da alles mögliche anklicken, was anzuklicken geht. Da seht ihr auch die Kontaktdaten von uns, da könnt ihr uns persönlich auch mal anschreiben über Instagram, Twitter und wie wir alle, oh Gott, wo wir alles überall vertreten sind. So, und wir würden uns auf jeden Fall freuen. So, und an dieser Stelle bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht oder wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und ich bin an dieser Stelle raus und übergebe jetzt an Boris und Patrick. Die dürfen jetzt noch sagen, was sie wollen. Ciao. Ja, auch ich möchte mich kurz verabschieden. In diesem Sinne, Patrick? Jo, Flamme an. Nee, ich bin raus. Ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.